Hallo und herzlich willkommen zu Amy. Ja wir haben uns beim letzten mal endlich einen einen Weg durch die ganzen Drecksdinger gebahnt. Durch die Minen. Jetzt wieder zurück die ganze Mäste. Schön langsam Mädels. Langsam Mädels. Mr. Soldat. Der ist doch jetzt wieder zurück gelaufen oder? Das wäre extrem unschön. Ach komm. Lass dich anschauen. Bitte? Ich möchte jetzt nicht vorlaufen. In die Ecke rüber und dann sieht er mich. Oh, der ist wieder zurück gelaufen. Kommt nicht und kommt nicht und kommt nicht. Oh. Alter. Amy. Komm her Mädel. Oha. Oha. Komm. Alter, mach zu der Tür. Leck mich doch am Arsch. Fängt ja schon mal sehr geil an. Hier, dreieinhalb Minuten und... Oh, jetzt ist der Trüpfung da wieder weg. Alter. 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 Sind wir hier? Scheiße, Mann, wo haben wir jetzt Emil gelassen? Oh, oh! Können die nicht runter, wir brauchen Emil. Ich bin auch schon leise. Emil. 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 flüstert es da jetzt zu da so weiss nicht wirklich was Ja gerne Ah Können wir eben die Lampe ein- und ausschalten So Wo sind wir jetzt genau? Ah, warte mal Oh 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 Langsam geht es uns wieder dreckig Oh 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 Schauen wir was jetzt für ein Symbol macht Schein wieder das gleiche Nein ein bisschen anders So Emi komm her Schauen wir jetzt mal nochmal zurückkommnen Mal reinschauen wir mal was das benötigt Verdammt To server room Wollen wir das jetzt schon mal? Alter Schwede was ist das hängt da in der Luft Alter Diese pleure Emi 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 E Tür ist verschlossen. Da läuft die Suppe aus der Wand, ey! Raus, raus! Hand! Heilung, danke! Grün aus als benötigt. Das ist fast klar. Ist das sonst nichts? Anscheinend nicht, nein. Server-Room. Grün aus als benötigt. Diese Türe ist auch verschlossen. Da können wir nichts machen. Die Kisten bleiben auch ganz, okay. Alle? Alle. Verdammt nochmal. Unten war ein Telefon. Schocklos nach. Mach die Lampe aus. Da hinten war ein Telefon. Ha! Was? Geh du da rein. Und ich hoffe ich tu jetzt das Richtige. Okay. 1,2. 2,5. 1,1. 2,8. 5,1. 1,2. 2,8. 1,2. Meister als drinnen. Ich hoffe, wir kommen da rüber auf die Seite. Komm, beweg dich. Ich seh mich da unten. Letzte Spritze war das. Wir müssen doch irgendwo wieder hinkommen, wo Emil auch ist. Ich seh mich da unten. Ja, ja, ruf den Aufzug, bitte. Nein. Fuck. Komm, mach mit dem Ding. Scheiß auf den Ausweis, verdammt nochmal. Fahr nach oben damit. Komm, mach doch den Schiff aufzug an. Ha, geh drauf. Nein, vergiss die Karte. Bitte, hör's da drauf. Amy. Scheiße. Tja, jetzt zum Schluss. Ja, aber war so offensichtlich, wie es funktioniert. Na gut, beim nächsten Mal wissen wir's. Gut, ich sag alle besten Dank fürs Zuschauen. Wieder eine sehr spannende Folge. Also ich muss sagen, Emi ist immer... Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.